Zyklonstaubsauger besitzen eine außerordentlich hohe Leistung und dabei noch eine starke Energieeffizienz. Die für uns drei besten Zyklonstaubsauger möchten wir euch in diesem Video vorstellen. Wir werden euch natürlich die wichtigsten Eigenschaften und Besonderheiten dieser drei Modelle nennen. Wenn ihr aber noch mehr zu den Staubsaugern erfahren oder diese vielleicht sogar auch bestellen wollt, könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr alle Modelle verlinkt. Starten wir aber nun mit unserer Top 3 Auswahl der besten Modelle von verschiedenen Herstellern. Als erstes möchten wir euch den Bosch Serie 6 vorstellen. Hier handelt es sich um das günstigste Modell im Vergleich. Ein Staubsauger aus dem Modelljahr 2021, welcher mit einer 600 Watt Motorleistung kommt. Mit diesem Motor können selbst gröbere Verschmutzungen ohne Probleme aufgesaugt werden. Der Staubsauger bietet eine konstante Saugkraft auf allen Boden und Oberflächen, egal ob Hartböden oder auch auf Teppichen. Außerdem ist der Motor vor allem auf eine hohe Langlebigkeit ausgerichtet. So besitzt das Modell auch eine 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der Motor des Modells ist aber nicht nur sehr leistungsstack und langlebig, sondern auch sehr leise. Mit nur 69 Dezibel handelt es sich hier um den leisesten Staubsauger im Vergleich. Mit leichtem Abstand, das muss man aber auch zugeben, ist dieser auch der mit der geringsten Leistung. Überzeugen kann das Modell von Bosch noch durch eine sehr simple Bedienung und auch durch das innovative Smart Sensor Control System von Bosch. Dies ist eine Technologie, welches den Staubsauger permanent überwacht, damit dieser immer auf optimalem Niveau reinigen kann. Das LED-Display signalisiert dann hier zum Beispiel, wann der Filter gereinigt werden muss, damit die Leistung konstant hoch bleiben kann. Und auch handelt es sich hier wie gesagt um einen beutellosen Staubsauger. Die große Staubbox des Modells ist mit nur einem Klick herausnehmbar und kann super leicht geleert werden. Mit einer 1 Liter Kapazität ist dieser Behälter sehr groß und kann so auch für größere Arbeitseinsätze locker ausreichen. Mehr Infos zum Bosch Serie 6 über den ersten Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, handelt es sich um das günstigste und mit leichtem Abstand auch um das Modell mit der geringsten Leistung. Als nächstes möchten wir euch da im Kontrast gleich das Modell mit der stärksten Leistung vorstellen. Es handelt sich um den Philips Power Pro Expert. Dieses Modell aus der nächsthöheren Preisklasse kommt sowohl mit einem 900 Watt starkem Motor als auch mit einem großen 2 Liter Staubbehälter. Auch dieses leistungsstarke Modell arbeitet also komplett beutellos, dafür aber mit einer starken Zyklonmotortechnik. Die Power Zyklon 8 Technologie von Philips ist nicht nur sehr sehr leistungsstark, sondern kann auch in der Zyklonkammer den Staub effektiv von der Luft trennen. In Kombination mit der 900 Watt Leistung des Motors können selbst grobere Verschmutzungen ohne Probleme aufgenommen werden. Zudem garantiert die Tri-Active-Düse des Modells eine sehr gute Staubaufnahme von bis zu 99,9% aller Feinstaubpartikel. Im Lieferumfang ist aber nicht nur diese Tri-Active-Düse dabei, sondern zudem auch noch eine super Turbo-Düse, welche vor allem für die Reinigung kurzfloriger Teppiche geeignet ist, sowie auch eine große Teppichdüse für die tiefen Reinigung insbesondere auf langflorigen Teppichen. Auch kleinere Aufsätze besitzt das Modell, wie zum Beispiel einen kleinen Polsteraufsatz oder eine Fugendüse. Diese können praktisch und platzsparend hinten im Modell verstaut werden. Auch noch erwähnenswert ist hier das Allergy Lock System, welches über einen Sensor sicherstellt, dass der Staubbehälter vollständig abgedichtet und auslaufsicher ist. Vor allem für Allergiker ist dies natürlich sinnvoll, da sie so nicht mit Staub in Berührung kommen. Und auch dabei sind hier natürlich die einfache Bedienung des Modells über gut zu erreichende Tasten, sowie auch die Kabelaufwicklung des 10 Meter langen Kabels. Also es handelt sich hier vor allem um ein leistungsstarkes Modell, wie gesagt um das leistungsstärkste im Vergleich, welches zudem mit einem großen Staubbehälter und vielen Aufsätzen kommt. Mehr Infos zum Philips PowerPro Expert gibt es aber auch über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren oder das Modell bei Interesse auch gleich bestellen. Bleibt aber auch gerne noch etwas dran, denn nun möchten wir euch als letztes noch das Modell aus der höchsten Preisklasse vorstellen. Hier handelt es sich um den AEG LX9 III STM. Dieser Staubsauger kommt mit 650 Watt Leistung, einem 1,6 Liter Staubbehälter und ebenfalls natürlich der Zyklontechnologie. In Sachen Leistung und Staubbehälterkapazität befindet sich das Modell genau in der Mitte zwischen dem zuerst vorgestellten Bosch und dem Philips Modell. Überzeugen kann es vor allem durch seinen langen Aktionsradius von 12 Metern, durch seinen starken Bedienkomfort, durch die extra großen leichtgängigen Räder, sowie auch den Haltegriff mit individueller Leistungseinstellung und durch das 3D-Filtersystem, welches hervorragende Reinigungsergebnisse liefert. Insgesamt sind es sieben Filtrationsstufen inklusive Feinstaubfilter, durch den die angesaugte Luft hier läuft. Das ist die beste Filtrierung im Vergleich und da es sich hier um einen Permanentfilter handelt, muss dieser noch nicht mal ausgetauscht werden. Zu guter Letzt überzeugt ARG bei diesem Modell noch durch seine Aufsätze. Mit dabei haben wir die Flowmotion Bodendüse für eine hervorragende Staubaufnahme und sehr gründliche Reinigung auf allen Oberflächen, die extra Hartbodendüse, welche besonders schützend für Parkettböden ist und die 3 in 1 Multifunktionsdüse, welche Polsterdüse, Fugendüse und Möbelpinsel in einem ist. Vor allem ist das Modell zwar das aus der höchsten Preisklasse, aktuell aber lediglich 20 Euro teurer als der Philips PowerPro Expert. Wenn euch also das Modell von ARG angetan habt und ihr noch mehr zu dem Modell erfahren wollt, könnt ihr das nun gerne über den dritten Link in der Videobeschreibung tun.